So weit reingehen. Müssen wir gucken, ob wir alles noch so hinbekommen. Kann sein, dass das jetzt ein bisschen dunkel ist, wird aber dann auch gleich wieder hell. Wenn wir auch von anderen Seite angekommen sind. Oha, wird jetzt ein bisschen sehr dunkel. Ich guck mal, dass die weiter durchkommen. Fuck, ich weiß nicht, wo meine ganzen Sachen abgeblieben sind. Alles weg, es wird gleich wieder hell, meine Freunde. Ich müsste da noch mal ans Licht kommen. Hä? Bin ich jetzt schon hier unter Wasser oder was? Gucken wir noch einmal. Kann ich fahre rein. Komm, noch einmal machen wir durch. So. So. Einmal gucken wir jetzt noch. Kann nicht wahr sein. Nee, ich glaub, jetzt kommt jetzt gleich. Hier kommt nämlich schon Erde am Rand. Ja. Jetzt sieht gut aus. Oha, ich hab was gesehen. Ich glaub, das wird jetzt nicht lustig. Ähm. Ah, doch, wir werden auch lustig. Das kann alles weg hier. Wir müssen auf die Höhe. Heißt, wir müssen noch drüber bauen. Kommt eine kleine Brücke nach drüben hin. Also auf die Höhe. Also auf die Höhe kommen wir auf jeden Fall, müssen wir auf jeden Fall durch. Heißt, das und das noch weg. Das und das noch weg. Heißt, das wird alles auf einer Höhe hier werden. Also müssen wir halt auch nochmal alles eben weg machen. Das kommt hinter dem Wasserbecken auch. Das ist alles Sand. Das ist geil. Sand wird ja eh viel benutzt für Gläser. Guck mal, jetzt hat die Tasche voller Sand hier. Guck mal, ob wir da noch aufregend sind. Ja, so. Muss halt erstmal gut sein. Okay, komm, wir machen die 60 Sand eben voll. Oder die 64 meine ich. Und dann hole ich mal ein paar Schaufeln. Und dann können wir den Sand ja schon mal abtragen hier. Ach nee. Dann machen wir nochmal so. Soll ich hier noch den Sandstein mitnehme. Das wäre jetzt ja auch noch gut. Zack. Zack. Äh, zack. Ach du Scheiße. Ich hab was vergessen. Müssen wir uns mal eben wieder durchbuddeln hier. Mit der Axt. Okay. Nehmen wir schon mal wieder ein bisschen Decken höher weg hier. Dann lauf man nicht ganz umsonst hier durch. Jetzt wird es mir wieder dunkel. Ich nehm auch gleich mal... Ah, Kohle. Kommen wir uns ja eh hier raus. Ähm, so. So, so. Ja, dann wird der sehr auch wahrscheinlich zugemacht. Also den können wir dann nicht... Den können wir leider dann nicht weiterführen. Hier ist auch Kohle. Wird ja cool. Kohle brauchen wir eh immer. Ja. Ja. Und wird das wohl... Wird das wohl dicht gemacht? Ich muss mal eben die Geräusche... Äh, Geräusche hier... Ein bisschen regulieren. So ist gut. Dann die Erde. Müssen wir auch schon mal ein bisschen hier dran bringen. Damit das Gras schon mal hier rüber wächst. Weil drüben, wie gesagt, oder gesehen, war kein bisschen Sand... Äh, ja, äh, Gras. Glaube ich nicht. So. Das sieht's dann mal aus mit... Äh... Fertig. Da, für die Abfahrt wieder Steuerung. Schwierigkeitssrisik, Teufel, Motos... Texture Pracks. Fertig. Fertig. Egal. Zurück zum Game. Geht's schon wieder dunkel. Wir haben noch ein Bettchen. Dann legen wir uns mal da rein. Ach. Hm. Du kannst nur nachts schlafen. Warum was denn? Ich will aber jetzt schlafen. Jetzt geregnet hat, jetzt ist hier wieder Scheiße, haben wir hier auch Sand, Sand, Stein, Sand, Erde haben wir da drin So, ja, jetzt haben wir gucken, irgendwie hat mein Laptop hier mit kleinen Problemen mit dem Regenreinschnitt, Grafikscheiß hier Hier ist Kohle Warum habe ich mir denn keine Eisen, wir haben noch jeden paar Eisenbahnen, der hat zwei Stücke, schön Egal, ähm, wird hier gerade dunkel Ach, der Tropenholz kann auch weg, da müssen wir nicht mitschleppen Tropenholz, dann haben wir Pflastersteine Aber das Lager auch schon mal bald voll So, dann gehen wir schon mal hoch Hier ist die Werkzeug Warum ist das denn da oben? Egal Dann brauchen wir gleich noch Eine Spitzsacke, zwei Spitzsacke Dann brauchen wir gleich eins, zwei, drei Schaufeln Da kommt immer die dritte Spitzsacke auch noch mit als die vierte Ach, müssen wir gucken, ob wir wieder alles neu herstellen hier So Wie kann ich denn den Regen ausstellen? Bitte Grafikeinstellungen Äh, Vollbild aus Vollbild aus? Das ist dran Selbe Sextur an den Wolken Erhaltete Optionen gewährle Äh, Sprache Wollen wir nicht Äh, Maus, umgehen aus Ne Anzahl der Spiele 30 Weltgespielt 3 Spielstände geladen 0 Mehrspiele bei Mehrspiele bei 3.31 Spiele verlassen 28 20 Spieldauer 10 Stunden 7 80 Minuten Gelaufene Strecke 34 Ja Okay Sprechen uns zurück zum Nein Nein Ich will zum Fertig Zum Spiel Ja, egal Ist halt nicht jetzt schon nachts Kann ich nicht schlafen gehen? Egal Äh, Fackeln wollte ich mitnehmen noch, ne? Ähm Ja, nehme ich die später mit Oh, ich sehe gerade, das Schaf hängt da in den Busch fest Und dann muss ich das mal da rausholen, ne? Ich hab dich gerettet, du schwarzen Kopf Äh, na gut, dann laufe ich jetzt eben schnell hier durch Und dann irgendwann sich noch kurz hier eine Schaufel Und zack Es regnet oder tankt hier wie Sau Das geht mir nicht Durch den Regen Kann ich die Faser Äh, das ist ja jetzt hier voll Das ätzende Scheiße hier Da Oh, das finde ich ja Schwierigkeitsgrad Friedlich Achso, Option Grafeeinstellung So, Helligkeit, hell Ja Ja Wolken an, Wolken an, machen wir aus Äh, Server-Texturen an Fertig, fertig Zurück zum Spiel Vielleicht tagtet jetzt nicht mehr so doll Doch Nee, geht aber jetzt Schön Irgendwann hat er jetzt zweitmal auf die Tee gebacken Das ist ja echt ne Folge zum Kotzen Aber langsam wird es So langsam wird es Was Wollt Es ist ja okay sehr schön